dass du wie gleich den bryan die folge kenne ich schon ja so 50 Dollar ja hallo wir machen jetzt ein Video cool ne nicht toll Flo ja super toll so natürlich ist der Vorfieffekt jetzt abkacken bestimmt wenn wir aufnehmen sind sogar noch Plätze frei wow 3er kill alter bist du mit dem Flugzeug ne ja aber als Beifahrer also nicht als Flügelmann hm hm scheiße jetzt bin ich am Arsch jetzt bin ich an der Base von denen keine Chance noch ne Frage der Zeit bis ich drauf geh ja ok jetzt bin ich down mal 5 kills gemacht man ach so ein Penner steigt er aus Flur rechts ist noch einer ich weiß aber ah endlich scheiße warte Flur warte bleib stehen du bist du denn ja weil ich hier hinten gerne mitfahren würde ja weil ich hier hinten will und gerne mitfahren würde warte 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 lass den Panzer jetzt stehen ja nicht mehr viel Leben Ah, halt ruhig, Wad. Dann hast du mich noch angezündet. Und ich treffe ihn nicht, Alter. Und ich glaube, wir sind am Arsch, Flo. Aussteigen. Okay, Flo, wir haben keine Schuhe. Komm, den krieg ich noch, den krieg ich noch, den krieg ich noch. Ja. Ich nehme den da. So, jetzt treffe ich das Flugzeug nicht. Okay, okay, okay. Hast du ein Heal? Hör hin, hör hin, hör hin. Okay, weg, weg. Ist weg. Alter, wir haben es geschafft, Flo. Ja. Na, jetzt nimmt er den kaputten Panzer. Oder was weiß ich? Ja, ich fand ja einer. Sorry, ich stand hier glaube ich genau im Schussfeld, ne? Ja. Ja. Okay, nehmen wir doch mal die Base ein. Hey, da ist einer. Alter, es hängt schon echt, echt ein bisschen. Kann man echt schlecht zielen, wenn man aufnimmt und dann so hängt. Ja, schon ein bisschen. Weiter geht's. Weiter geht's. So, die Flag, da hat wahrscheinlich noch gar keiner eingenommen. Nee. Unberührt vom Anfang des Spiels. Er winkt ja zu. War nach rechts. Ja. Was sind denn jetzt die ganzen Gegner? Ne Ahnung. Die werden jetzt irgendwo abgesetzt. Ja, fahren wir mal ganz... Ich steig mal aus und komm von rechts. Also von hier hinten. Scheiße, zwei Panzer. Ja, ich weiß nicht, was ich... Ah, eingekillt, eingekillt. Nein, scheiße, gefailt, gefailt. Ah, noch ein gekillt. Sehr geil. Fuck, wir müssen den Panzer kaputt... Fuck, ausstecken. Ah, nee. Okay, der Panzer ist schon im Hoden. Panzer hat mich überrollt. Okay, und jetzt bin ich bei der Base. Ja, mich nicht. Ah, wechsel doch. Ah, hier ist ein Auto. Alter, Mann, das geht ab. Okay, viel zu viele. Scheiße. M16 geschohlen hat mich gerade getötet. Ah, ich sag, ich will den ganzen Weg da hoch lauschen. Leuchtturm? Wow. Ab zum Leuchtturm. Lange, beschwerliche Weg zum Leuchtturm. Wir haben die Kontrolle über den Leuchtturm verloren. Oh, mein Gott. Ist ja gar keiner. Ah, doch. Komm her, komm her. Ja, down. Ja. So viele Effekte, so viele Effekte, da geht die Framerate von runter. Aber mal der richtig. Ja, schade, das Auto ist nicht mehr drauf. Kommst du mal hoch zum Leuchtturm, da geht ein bisschen bis ein Willen. Ach so. Okay, ich hab's wieder ein. Ich glaub hier, ah ja. Einmal diese Sniper, die von hinten kommen wollen. Das ist immer voll süß, Alter. Wie sie immer von hinten ankommen wollen. Auch noch ein paar Punkte. Und denken, ich seh sie nicht. Ja, vor allem, wenn sie dann so auf 1, wenn sie dann auf 1 unsichtbar haben. Ich hab' Panzer aus. Jetzt steigt er aus dem Panzer aus. Ist ja voll doof. Okay, er ist der Panzer schon im Roten. Ah, nee, das geht nicht. Ah, Mann, ich hab' mich voll verklickt, Alter. Scheiß, da kommt schon wieder ein Panzer. Ich brauch' einen Heels nochmal. Alter, wer hat ihn jetzt hochkatapultiert? Ah, ich hab' ihn noch angezündet. Ah, ja, der Superziel kam eine Sekunde zu spät. Ja, ich hab' dazu zu tun. Ich muss nachladen. Komm, ein Kill noch. Und, Kill geschafft. Ah, du Lacker. Ja, okay. Mal sehen, Statistik. Ich hoffe, ich bin besser wie du. Aber die Map ist, glaub ich, eher so eine... Ja, es ist auch viel Fernkampf, so. Ja, aber es war schon ein bisschen los. Das ist für einen Gunner nicht ganz so. Ja, du bist ein bisschen... Ja, kommen die paar Punkte. Haha. Ja, ja, du bist etwas...